Okay, Chat, wir gehen rein ins Video. Moin, ihr könnt jetzt in den Kommentaren schreiben, wer als nächstes ein Dankeschön von mir bekommen soll. Der Streamer mit den meisten Likes, wird es sein. Okay, wir gehen rein ins Video. Ich gucke nach dem Video nochmal, wie viele Likes und Kommentare ich habe. Ich bin gespannt, was es dann aussieht. Let's go, Reilabfahrt ins Video. Moin, ihr könnt jetzt in den Kommentaren schreiben, wer als nächstes ein Dankeschön von mir bekommen soll. Der Streamer mit den meisten Likes, wird es sein. Wenn jemand lügt, müsst ihr darauf achten, gucken, also angenommen, ich rede mit euch und ich würde euch anlügen, dann gucken manchmal, nicht immer, aber gucken, lügen da weg. Oder, wenn Leute lügen, kratzen die sich. Da müsst ihr mal darauf achten. Ich habe so ein Psychologiebuch gelesen. Ganz oft, wenn Leute lügen, kratzen die. Ich muss mich gerade an der Nase kratzen, die juckt wirklich. Sie sich so aus Verlegenheit oder so. Und es ist lustig, dass Inskoff die ganze Zeit sich nicht am Kopf kratzt, sondern... Hat jemand geschrien, der will dich weg, nein, wenn. Das stimmt nicht. Genau. Bitte euch. Jetzt. Chillig. Aber pass mal auf, Kevin, Orange mit Orange. Ich bin ein pinkes Einhorn und habe schon sehr viele Welten beritten. Und mich juckt weder was am Kopf, noch muss ich hier weggucken. Ich kann euch straight up in die Kamera einfach anlügen. Das ist nämlich mein Skill. Mir ist nichts eingefallen, was ich sage, Leute, Chat. Perfekt, Digga. Perfekt, Digga. Ich habe auch Assi-Hunger. Ich bin gerade wirklich auch ich gewastet. Deswegen eigentlich. Aber was hast du denn Bock? Digga. 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 Oh, das habe ich schon auf Twitter gesehen. Das ist ein guter Clip, das ist ein guter Clip. Einmal Screenshot. Oh, jetzt kannst du das. Oh, oh. Oh, oh. Sag, digga, sag. Einmal Screenshot. Ist das Sascha? Was? Ist das ein Chat? Was? Hast er schon eine Wette verloren? Sascha, was ist mit Sascha passiert? Hä? What the fuck? Nein. Ach, das ist gar nicht Sascha. Der Junge hat sich sogar angehört wie Sascha. Chat, hört mal. Hier nach jetzt. Einmal screenshotten. Der hat sich auch angehört wie Sascha. Das war jetzt wirklich... Ich dachte wirklich, dass Sascha chattet. Smart. Ein Kollege von mir hat... Guck, das könnte Sascha sein, straight up. Ein Stream, okay? Der geht pro SAP 5 Minuten länger. Und der hat sich ein Limit gesetzt von 10 Tagen. Und ich will den richtig abfacken. Ich liebe solche Aktionen. Und ich will da kurz supporten, okay? Der Mann denkt, der kann hier in einer halben Stunde offline gehen, okay? Und deswegen will ich ihn ganz kurz davon überzeugen, dass er es nicht kann. Nee, nee, nee. Der Mann wird nicht offline gehen. Er ist seit drei oder vier Tagen live oder so. Ich weiß es nicht. Einstein für mich. Und da wollte ich einfach danke. Für alles und für euch. Dankeschön. Heute ist ein guter Tag. Kritischer Song, kritischer Song. Ich fand dich gestern sah so gut aus. Und heute? Heute vielleicht siehst du nicht so gut aus. Aber gestern waren deine Haare so sauvild. Und dann... Dann... Weiß nicht. Krise! Morgen fahr ich nach Wien, ey. Okay. Was machst du da? Nach Wien... Da hab ich... Gehschlichtverkehr. Ja, Moin. Ja, Moin. Hahahaha. Hatsch, jetzt wirklich. Das hat ihr Jobchat. Sie ist Pause-Dachstellerin. Let's go! 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 Okay. Okay. Hahahaha. Hahahaha. Geil. Danke auch noch für den T1. Äh, Rally, äh... Hätte ich hier mal einen Joker besetzt? Rally, äh... Rally... Guten Appetit, Bruder. Ja, danke. Mein Kollege, der sagte auch, der nimmt sein Ferrari nicht jeden Tag aus der Garage. Ja. Weil irgendwann nutzt du es zu sehr aus. Ja. So wie du deine Freundin, sag ich mal, ausnutzen kannst für Sex. Ähm... Also ich sag mal so. Die Frauen, mit denen ich Geschlechtsverkehr habe, haben nicht nur in der Regel, sondern immer genauso viel Bock wie ich. Ähm... Von daher eine kritische Aussage, ähm... Die man so vielleicht überdenken sollte nochmal, Jeremy. Weil ich glaube, das, was du da gerade angesprochen hast, nennt sich Vergewaltigung, hm? Was? Das kam... Das kam gerade sehr unerwartet. Da suchen die Stress, hm? Ich glaub, die suchen Stress, halt. Zwei gegen einen. Oh, vier gegen einen. Scheiße, Alter. Wir gehen drauf. Wir gehen einfach hin. Wir gehen einfach hin. Wir gehen einfach hin. Guten Abend. Habt ihr noch was zum Essen? Nee, lassen. Wir suchen, wir suchen selber was, mein Lieber. Oh, schade. Wo können wir denn noch was essen? Ich glaub, ich wohne doch nicht hier. Naja, Bier oder was? Krass ist es hier direkt am Wasser. Ja. Ausland-Call-Familie. Danke, Mama, die hat so ein Gerät. Woher kommt deine Familie? Hä? Ost-Anatolien. Ost-Anatolien? Brückisch. Tschau. Ciao. Weg. Komm. WTF war das? Okay, wir müssen Tricks machen. Tricks, 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 Tricks. Tricks, Tricks, Tricks. Was geht hier eigentlich am besten? F***. 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 Ey. Punkt 10, ich wusste wohl ganz gut. Ey, das hat mich sehr gefreut vor allem. Weiß ich, ich denke so. Setsch. 10 Euro, wenn du 10 Sekunden während der Fahrt die Tür offen lässt. Oh, Alter, den 10 hast du verloren, weil in die Richtung ist nicht so wild, ne? Scheiße. War ne Lüge. Verdammter Scheiße. Ey, das ist so cool. Das ist einfach so Leute, die so Farmer sind. Einfach so streamen. Das ist so cool, Alter. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner check. Check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Ich stecke so viel Arbeit in die Video. Kein Prank heute wieder? Krass. Wie sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonnier kein Konzept. Oder Big Mac Bahn den Weg. Wir grüßen die Botte. Wir grüßen die Botte. Kein Prank ist der Prank. Achso. Oh.